beheben könnt dann ist auf jeden fall weiter spielen aber ich ist jetzt wirklich eine frage an euch soll ich horrorcraft dann wirklich weiterspielen wenn das so oft abschmiert oder andauernd abschmiert und die chance nicht geladen werden oder soll ich da lieber auf ja ich würde fast sagen hier ein aufgrund machen so singleplayer projektmäßig dass ich da denn irgendwie anfangen aufzubauen was was sagt ihr dazu bitte einmal auch in die kommentare es wäre echt nett weil er hört sich auch mittlerweile schon an meiner stimme dass ich einfach richtig demotiviert bin weil man sich einfach nicht erschrecken kann weil hier nie irgendwo niemals hero brenn vorbeikommen wird weil andauernd die maps wieder am abstürzen ist das heißt jedes mal noch minecraft neu starten und da ich jetzt mal der gruselfaktor aus auch mal unten haben wir ein daran und ein riss da vorne ist ein dings hier ein begehbarer klar schon gesagt es ist sogar die festung oder das end drin ist what the fuck das könnte das echt sein weil hinten der raum der sieht ziemlich komisch aus alles in johnny ein johnny lieber ließ mich hoa hoa tot und johnny was ist denn nur mit dir lohos oh johnny warum machst du so komische geräusche oh den ist noch einer what the what the what the what the what the fuck alter der schreck läuft woher gleich dann immer wieder der mich erschreckt hat irgendwas geklaut oder so hat irgendwas gemacht außer uns ein paar leben abgezogen das wäre ein so wie er so aus er ist wie ein zombie das verheirat und so wie von oben und er sehe hier ist hier wollen bei der rechte Streckt hälften hälften hier schon lustig ne ich will lieb Prozent Johnny hey Johnny er ist Johnny J. Johnny Junior oder so ne das mich erschreckt das ist mir erschreckt kleiner ich würde meinen größeren Johnny gerne sehen oh ne ich wollte mir echt verkneifen Leute aber ich dachte komm scheiß drauf den kannst du einfach bringen ja Leute ich muss sagen wenn Hero Boy wirklich auftaucht und so äh es ist verdammt geil das Spiel ist Bock dann müssen wir irgendwann wieder nach Hause finden das ist voller geile Bomben von Baumhaus war der richtig in die Breite geht also Länge Breite wie auch immer sehen wollt hallo hallo man hallo Männer habe ich Pfeile? Wow ein erwischt Leute daneben auch noch was ist das da für ein Stein? Erde? ja huch da ist ein Riss what the fuck die kommt sogar ins Wasser aber ihr dürft nicht hier sterben Leute ich will eure Sachen haben ich darf ich noch einmal an hinten ja und dich noch einmal H SUSSO holler ein F��� reft Cart set ah M hat schlugst wir den weg zurückgelegt das häuschen wieder finden die sachen doch gerne weg bringen würde wenn möglich da hast du mich gerade erschreckt du blöde schweine du stirbst jetzt bleib stehen ich würde das fleischchen schon gerne haben wenn er das schon so einfach so fallen lässt das schweinchen oh es wird nacht ich sollte aufhören mit den spiel spiel kalinschgen dingsgen pinschen und laufen bein in die hand nehmen und laufen weil das bestimmt besser ist wo ist unser haus wartet mal entschuldigung death points in elbe ja kann man von mir aus anmachen die sonne geht aber weiter unter was das denn das ist das echt ein monster da wie geil ist das denn was ist das graue dahin das da direkt gerade aus das kreuz da seht ihr das ist das ein schwein ja es ist ein schwein warum hat ein schwein eine andere farbe als die anderen sachen vorne ist unser haus doch vorher müssen wir uns durch eine horde gegner durchkämpfen oder weg nur wenn sie einfach rennen gar nicht schnell weiter weil das sind skelette warum ist da etwas blaue etwas grünes in dem haus von allen seiten kommen alt habe ich viele monster sind das warum ist ein song das ist aber gar nicht so schlimm viel schlimmer das ist unsere statu die das finde ich kommst du hier rüber erst mal etwas essen das ist ja mal richtig geil so monster da das kenne ich noch gar nicht finde ich cool das gefällt mir da kann man gleich schon mal brate kommen und vergleichen mal erst waren Pertor Pertor 3 war es ist ja alles von einem Schwein die Zukunft und oder so Robo Entschuldigung Leute Aloman vor allem komm rein muss ich auch wieder melden nur kleiner hier bei uns ist gar nicht erschreckt ausgehen da aber das haben wir komplexe okay ja ein bisschen damit es ein bisschen gruseliger wird okay wir gleich wieder abschützen da wir die musik schon wieder nicht hören oder sei wir dieser komische packt dass man erst eine andere wieder nehmen muss okay weil die einfach eine macadine verblattet ich bin da für ich bin dafür dass wir uns aber Getreide machen so das soll gestritten weiter ist abwärts es ist abwärts ha 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 ist verboten ja und Prozent sehen so wir haben genug Platz ist sogar hier von beiden Seiten auf Wasser und hatte gerade mitgekriegt Prozent das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen in dem Song Prozent Prozent heroes Prozent Prozent Notch Browser oder so da war eine Lüge weil er ihr wisst es ja ich habe ja letztes Prozent die Geschichte einmal erklärt von Herobrine wer das Prozent nicht gesehen hat er sollte sich den Partner man gucken Prozent der ist steht jetzt oben links oder rechts steht der Part entweder eine Verlinkung direkt zum Part wenn ich dran denke oder die Nummer vom Part der Verwärter Statue Aua Komm rein Aua Aua stirb Aua was ist denn mit dir warum willst du denn einfach nicht sterben nach Tod Aua ich würde sagen das ist schon fast genug Gras dass wir äh am nächsten Morgen mal Prozent Prozent aufsuche gehen können nach Leuten und ich habe mich weil er weiß dass man hier reinkommt das hier mal zu sortieren ich schlafe jetzt mal eine Runde und dort ich bin wir hier weil das nächste Mal schlafen erinnert mich daran dass ich eine Spitzacke mitnehmen ich will den Mos Stone haben und alles ja wo sind so Eisen Spitzacke da ich dachte schon ich dachte schon die hat irgendwer geklaut da möchte ich jetzt kein ansprechender Herobrine wo sind da überall noch Zombies und Monster Monster und Zombies lasst mich hier durch oh man nicht schon wieder ja Leute und was mir auch noch eingefallen ist was man vielleicht machen kann ist wenn ihr sagt ja Singleplayer kannst du ruhig machen aber wir finden es halt blöd wenn du von vorne anfangen würdest ähm dass ich einfach die Map äh als Singleplayer Map nehmen würde dann Buies kommt die was ist denn mit Milkamu ja komm blick 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 alle den Tom hinterher machte aber fein feine feine Kühe seit ich ja nein ihr seid ihr keine feine Kühe mehr kommt da alle mit ja ihr auch kommt mit auch wenn ich mir die wieder züchten könnte egal ich will die alle mitnehmen eine Kuhfarm eine Familie ja ich bin we are family auf RTL weil ihr seid ja Kühe ihr passt dazu zu RTL weil RTL ist blöd und ähm RTL wenn ihr mein Video sperren solltet jetzt deswegen oder so ich weiß ja nicht warum ihr das machen solltet aber wenn ihr das machen würdet ähm das ist freie Meinungsäußerung und deswegen würde ich es ist nicht akzeptieren dass ihr mein Video sperren würdet deswegen weil jeder kann seine Meinung sagen wenn meine Meinung ist dass RTL blöd ist dass ich es nicht mag darf ich doch wohl meine Meinung vertreten oder kommt ihr mit Mokus oh ne kommt schon tschüss was denn du für eine Mission kommst du nicht mehr raus kannst du voll knicken und du kommst mit weil du darfst jetzt gleich zu sehen wie die beiden Bombsen ja Du bist die arme Sau, die keiner abkriegt. Hi, komm, könnt ihr doch durch das blöde Teil da durchlatschen, ihr Asis. Hat mich immer verarscht, ne? Blöden Teile, ey. Wo haben wir denn noch halt was zu essen? Ich bin bald mal eins da drin, weil sonst verbrachte ich das direkt wieder. Ich kenne mich. Nein, Rhein-Coup. Kommt mal mit alle. Nee, du guckst blöd. Du und... Du, ihr macht Liebe. Oh, das macht sogar ganz süß, klein. Äh, 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 muh. Ich freu, süß. Was ist das denn noch für ein Tierchen? Wetten, das ist auch eine Kuh? Bestimmt noch die, die von nur eben. Huch. Eines bei der Meku, die will ich nicht. Nee, eine Tatsanku war das, sorry. Ich will noch gerne Schafis haben. Was ist denn da noch für ein Gegner? Guck, 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 äh, was machst du denn hier? Was ist denn da für eine Gegner-Action? Ach, das sind Tintenfischis. Guck, 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 äh, was machst du denn hier? Auch. Kommt ihr auch mit, Schweinchen? Ja, schon mal eins. Spür aber noch eins. Schweinchen? Schweinchen! Hallo, Suizidkuh. Schweinchen, du bist eine Kuh, du bist blöd. Ich hab schon Kühe, ich war ein Schweinchen. Hallo, wo mein Schweinchen? Schweinchen? Kuh. Creeper? Nein. Habe ich nur eine Schweinchen? Geilen, komm, du mal mit nach Hause, Schweinchen. Komm. Komm. Bewegt dann Ringel-Schwenchen. Komm, einmal kurz sauber machen zu Hause, sodass wir an Dreck wühlen. Na, es war nicht so schlau, darüber zu latschen. Schweinchen! Warte! Warte! Komm mit mir! Los, gehen dabei ein Viechtab. You must bear me right round, baby right round. Habe ich mit? Schön. Ich würde gerne wissen, was da so abgeht, gerade. Was für Viech? Ich habe mich nicht mehr auf gesehen, man hat sich da die ganze Zeit so wieuuu, wieuuu gedreht. Komm mit! Huch, baum! Komm! Komm, Pinkie-Pink! Ja, komm, Pinkie-Pink! Pinkie, 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 das ist der Pinkie, 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 Pinkie ist mein Schwein, Pinkie, Pinkie kommt jetzt rein in mein kleines Häuschenlein, das ist mein Pinkie, Pinkie-Schwein. Pinkie, Pinkie, Pinkie Schwein Komm doch endlich in dein Häuschen rein Dann kommt auch kein Creeperlein, der dich tötet Also kleine Mucke Pinkie, Pinkie, Pinkielein Komm doch in dein Häuschen rein Dann kommt auch kein Creeperlein Und ihr seid da drin allein Ich brauch aber noch ein kleines süßes Schweinchen Ich will noch ein Pinkie Ich will noch ein Pinkie, zwei Schafe und zwei Chickens Oh, Chicken Chicken Nummer eins und Mucke Geh, sterben Ich will dich jetzt nicht mehr, ey, du Ich will so viele Mucke Chicky Chicky, 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 Chicky Chicky, 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 Chicky Chicky, Chicky, Chicky Leute hat irgendwas gespawnt, gerade Ich muss jetzt einmal kurz nachgucken Das ist in deinem Massen gespawnt, vier Stück auf einmal Hä? Okay, ich höre schon keinen Ton mehr wieder, das ist blöd Das war ein Eierchen Hast du gerade was gesehen oder hab ich schon wieder Paras, ey? Chickylein, Chickylein, komm nochmal in mein Häuschen rein Dann, dann werde ich dich groß und fett machen und danach fressen Komm schon, schön Komm mal, deine von mir wartet schon Deine Freundin, deine Freunde und deine Verwandten und Komm schon, ein Block kann ich wieder hoch springen, oder? Komm rein, kommt alle rein Da sind die Kleinen jetzt auch schon abhängig von dem Zeug, ich habe mal gesagt hier Gut, das Ding ist zu Ja, die Plansch direkt Schön Ah, möchte ich noch mehr lieber machen Du, und du? Ah, lieber machen Ich habe mich durchgelatscht Mit meinem Liebemachen Yeah, neue kleine Megaku Ja, rein Bleib drin, Muku So, dann holen wir uns jetzt noch einmal Kurz die Melonen Da wir auch kein Ton, gar nichts mehr haben Was ich ziemlich uncool finde Aber okay, wir können es halt nicht ändern Leute, ist auch eine gewesen Mal, nehmen wir das hier einmal ab Und dann würde ich sagen Wir begeben uns einmal in das Häuschen rein Tun da alle unsere Sachen hinein Ne, das schwert Ah, wartet Leute, wir wollten ja noch etwas machen Ich hätte aber voll kurz mal Microsoft einmal neu starten, ähm, bis Ta-daaa Oh, hörte das direkt da unten drin? So, jetzt gehen wir mit schlafen und das haben wir nämlich eine Spitzacke dabei wartet Äh, wir nehmen vorher noch etwas zu essen mit Und dann mal schlafen gehen und unten rein, wieder bitte Bitte Mano Da hab ich extra eine Spitzacke mitgenommen Wow Da sind die ganzen Mondzeiten War das nicht hier so in etwa? Hier war das ja auch von Minimap, ne? Okay Oh, hier in etwa war das doch ich weiß ja ich weiß nicht wie weit das unten war verdammt verloren weil die musik aufhört ich hoffe ihr seht was leute und wenn ich noch die breite ist schon noch hält und ich habe keine facke und helfen hatten gestern oder sind die so clever gewesen dass sie das unternehmen gestern und unteratmen stein gemacht haben ich habe gemacht dass ich ein eigener kommt mal so ein hinschirm das kb und ich komme jetzt noch ganz nach oben weil wir unterwegs auch kohle und haben es in zwei blöcke zählen und etwas genau läuft warum uns das ja gar nichts los leute mir gefällt direkt haben wir aber gerade ein bisschen erschrocken er leute eigentlich wollte ich schluss machen fürs erste ja wie gesagt bitte in die kommentare ob ihr das problem was ich habe lösen könnt ob es wirklich am pc liegt ob ich da etwas ändern muss dran und ob vielleicht eine saubere datei gesagt eine die auch funktioniert hundertprozentig weil da weiß ich ja wenn dann abschütteln am pc hängt er wäre echt nett und dann halt noch um die letzte weiterführen soll ich würde gerne machen weil es ist halt wirklich action denn drin wenn es halt nicht immer abschütteln weil es total ätzend ist ob ich denn normales singleplayer weitermachen sollen und ob ich da halt von anfang an anfangen soll oder die map übernehmen soll einfach dann würde ich halt das hero brain totem da weg machen oder stehen lassen mal gucken dann um das war es vielen dank fürs zuschauen erklärt zum zuschauen das noch mal kurz zu Ende das muss doch sein kleiner fehl das war es erklärt haben danke fürs zuschauen tschüss